Am Wort nun Franz Josef Weinig, der Sprecher für Menschen mit Behinderung der ÖVP. Frau Präsident, Herr Minister Ruhes Haus, man liest und hört immer wieder von Menschen, die den Rollstuhl gefesselt sind. Ich bin es nicht. Und wenn, müsste man wohl die Polizei holen. Man liest auch oft von Taubstummen-Menschen und wenn sie, die gehörlos ist, sie spricht in ihrer Sprache, die Gebärdensprache. Also von Stumm kann keine Predigt sein. Und es gibt sehr viele Vorteile und Bilder, die sich manifestiert haben, wo es wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich begrüße die Initiative des Bundeskanzleramtes, die Seite barrierefrei Medien einzurichten. Es ist wirklich eine sehr gute Seite zum Verdi für Journalistinnen, aber auch mit Best-Practice-Beispielen. Oder auch zum Beispiel, wie man richtig fotografiert, auf gleicher Augenhöhe bleibt. Ich hoffe, dass diese Seite oft genutzt wird. Meine Damen und Herren, was mir wichtig ist, ist ein Thema nämlich, dass der ORF, der auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, auch hier bewusst Maßnahmen setzt. Es ist natürlich schon einiges passiert in Richtung Untertitel. Da hat es sich verbessert. Und das ist auch vor allem einer Person zu verdanken. Das ist die Meyerhofer, die ja Impulse gesetzt hat. Aber man muss hier weiterkommen und es beginnt damit, dass ein Selbstvertreter im ORF auch wirklich selbstbehindert sein muss. Das ist also der derzeitige Behindertenvertreter im ORF ist es nicht und er wurde vom Bundeskanzleramt bestellt. Und deshalb unterstützen wir auch den Antrag und den Initiativantrag von Helene Jammer, dass auch der nächste Selbstvertreter im ORF auch wirklich selbstbehindert sein soll. Ein weiterer Punkt ist auch, dass Journalisten auch im ORF mit einer Behinderung arbeiten sollten. Der ORF erfüllt momentan nicht die Einstellungspflicht und das beginnt beim Aufnahmeverfahren, beim SS, wenn das auch barrierefrei sein soll. Der dritte Punkt ist Licht ins Dunkel. Das ist, er hat sich auch einiges getan, aber allein der Titel verrät schon einiges. Das heißt, die im Licht, die die geben und die Dunkeländer sind, die menschliche Behinderung. Da muss ich einen trendfeindenden Paradigmenwechsel umsetzen und ein Vorbild ist in Deutschland die Aktion Mensch, wo auch wirklich behinderte Menschen in der Redaktion mitarbeiten und ihre Interessen mitgestalten und dann auch in den Medien Ausdruck finden. Das ist eine Frage der Menschenwürde, der Menschenwürde, wie sie auch in der Verfassung verankert werden muss. Er begrüße die Initiative, eine barrierefreie Internetseite einzurichten, betont Franz Josef Weinig, der Sprecher für Menschen mit Behinderung der ÖVP.